So weiter geht's Nein Nein Die verdammten Russen Das gibt's doch nicht Oh ich hab's geahnt Es waren nicht die Römer Es waren die Russen Oh man ey Repetiergewehre sind lauter als Worte Ich hab's geahnt Ich hab's geahnt Ja ein Zug zu spät Ein Zug zu spät Ihr verdammten Arschlöcher Kann ich hier wieder zurück gehen Was mir überhaupt nichts bringt Fickten Russen Ich hab's geahnt Ich hab's geahnt Ich hab's geahnt Scheiße Und der ist immer noch nicht bei einem Salpeter dran Ich hab's geahnt keine ahnung wo das jetzt schon wieder war nicht der mensch da ja 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 Das hat nicht gereicht, oder? Was war der Siedler? Naja, egal. Er muss auf dem selben Feld, ja, eigentlich. Wieso das denn? Wieso willst du auf einmal nur Gold haben? Bist du bescheuert? Oh, ja, das machen wir doch doch. Diamanten Öl und Aluminium Oh, ja, das machen wir doch. Oh, ja, das machen wir doch. Oh, ja, das machen wir doch. Also, man muss doch die Ressourcen recht fix klar machen, sonst ist man am Arsch. Er will Perl haben und gibt mir Gips. Oh, ja, das machen wir doch. 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 Also, ja, das machen wir doch. Wir müssen noch ein Römer. reparieren Artillerie Okay, kann ich die jetzt? Nahkampf So So Es wäre so geil, wenn der Russe und die Römer gegeneinander kämpfen würden, hier um die Kohle da unten. Das ist sehr schön. Es wäre so geil, wenn der Russe und die Römer gegeneinander kämpfen würde, wenn der Russe und die Römer gegeneinander kämpfen würde, wenn der Russe und die Römer gegeneinander kämpfen würde. Es wäre so geil, wenn der Russe und die Römer gegeneinander kämpfen würde, wenn der Russe und die Römer gegeneinander kämpfen würde. Es wäre so geil, wenn der Russe und die Römer gegeneinander kämpfen würde, wenn der Russe und die Römer gegeneinander kämpfen würde. Es wäre so geil, wenn der Russe und die Römer gegeneinander kämpfen würde, wenn der Russe und die Römer gegeneinander kämpfen würde. Es wäre so geil, wenn der Russe und die Römer gegeneinander kämpfen würde, wenn der Russe und die Römer gegeneinander kämpfen würde. Es wäre so geil, wenn der Russe und die Römer gegeneinander kämpfen würde, wenn der Russe und die Römer gegeneinander kämpfen würde. Über Vorsichtigkeit sie gelobet. Zu helfen diesem Riech hieße tanzen mit dem Tode. Die Römer gegeneinander kämpfen würde, wenn der Russe und die Römer gegeneinander kämpfen würde. Die Römer gegeneinander kämpfen würde, wenn der Russe und die Römer gegeneinander kämpfen würde. Die Römer gegeneinander kämpfen würde, wenn der Russe und die Römer gegeneinander kämpfen würde. Amen. 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 Da muss ich noch drei Felder, um dahin zu kommen und hier, ja, hier brauche ich nur ein einziges dazwischen. Das ist halt, ich kann da eben keinen Siedler setzen, das ist das Blöde. Ja, noch sechs Runde, deswegen bleibe ich da jetzt erstmal stehen, dann kriege ich diese dazu. Ja, da kann ich mich ja nicht mehr ausdehnen, das ist das Problem. Ich muss Saratov platt machen, also muss ich ein paar Kanonen bauen, um dort, ja, mich zu sammeln, um dann eben dort den Platz zu machen. Also wenigstens diese eine Stadt, mehr nicht. Ich will ja gar nicht was anderes, ich will nur diese eine verfickte Stadt. Also ich finde sie immer ziemlich lange, wie die anderen brauchen. Oh, ich weiß nicht. Scheiße, sieht nicht gut aus. Scheiße, sind wir nicht wieder da? So, das war es hier aber auch schon mal, während des Wartens kann ich mal kurz auf Stop drücken und gleich wieder starten. Vielen Dank.